Das heißt, wir gucken uns jetzt hier an den vier Quadrantsteller. Vielleicht erinnern wir uns noch, Aktorik bzw. Leistungselektronik. Wir hatten dort eine Eingangsspannung UE und dann besteht der vier Quadrantsteller aus vier Schaltern. Normalerweise Freilaufdioden dabei, die lasse ich jetzt weg. Das heißt, ich habe hier einen Schalter S1, den hier unten nenne ich S3. Wir haben dann noch eine zweite Halbbrücke hier, einen Schalter S4 und einen Schalter S2. Die habe ich jetzt so benannt, dass die sozusagen in der Reihenfolge benannt sind, wie jetzt die angesteuert werden. S1 und S2 werden gleichzeitig angesteuert, wenn wir die gleichzeitige Taktung haben und S3 und S4. Und dann hätten wir hier jetzt unsere Last zwischen diesen Ausgangsklemmen, normalerweise vielleicht ein an dieser Stelle Gleichstrommotor. Wir benutzen hier mal als Ersatzmodell eine Schaltung aus Induktivität und einer ohmschen Last parallel zu einem Widerstand. Widerstand, tatsächlich wäre das hier bei einem DC-Motorantrieb, wäre das die Ankerinduktivität und dann hätten wir hier die induzierte Spannung an dieser Stelle für die Last. Das heißt, das hier sei unsere Spannung UA an dem Widerstand R und wir überlegen uns jetzt, wie arbeitet diese Schaltung. Wir haben also hier den Strom IL, der dort rausfließt in diese Richtung und tatsächlich soll jetzt die Schaltung so angesteuert werden, das war das einfachste Modulationsverfahren, was wir hatten, dass wir sagen, wir haben ein pulsweiten moduliertes Signal und die Schalter S1 und S2 werden gleichzeitig eingeschaltet und die Schalter S3 und S4 werden gleichzeitig eingeschaltet. Aber die Einschaltzeit sei jetzt, wenn hier S1 und S2 ein sind, das hier sei jetzt S1, S2, das sei die Zeitdauer D mal T, die Einschaltzeit und die Schalter S3 und S4 sind eingeschaltet, wenn wir an dieser Stelle das Zeitintervall haben zwischen D mal T und T. Wir schalten also abwechselnd diese diagonalen Spannung zwischen den beiden Halbbrücken, einmal PlusUE, einmal MinusUE und haben dann hier die entsprechenden Verläufe. Das nutzen wir jetzt, um dieses Mittelwertmodell aufzustellen. Das heißt tatsächlich überlegen wir uns jetzt, wie können wir, wenn wir sozusagen dieses pulsweiten modulierte Signal haben, bezeichnen das hier als unsere Schaltfunktion D von T, wie können wir dann zu dem Modell kommen. Und tatsächlich wird es so sein, Sie müssen bei diesen Halbbrücken jeweils eine durch eine Stromquelle ersetzen und eine durch eine Spannungsquelle. Das wäre jetzt der einfachste Ansatz. Und ich mache jetzt folgendes, ich sage jetzt, okay, tatsächlich, wenn S1 und S2 eingeschaltet sind, betrachte ich dort den Strom. Das heißt, das hier ist der Strom IS1, das hier ist der Strom IS2. Tatsächlich sind S1 und S2 eingeschaltet, sind die beiden anderen offen, dann fließt durch beide jeweils der Strom an dieser Stelle IL. Das heißt, ich kann sagen, IS1 ist das gleiche wie IS2 und das ist, wenn wir das betrachten, IL während dieser Einschaltzeit und haben wir jetzt wieder diese Schaltfunktion eingeführt, ist das IL mal D von T. Mal diese Schaltfunktion, die jetzt hier sozusagen bei 1 ist, wenn die 1 sind und bei 0 ist, wenn das 0 ist. Und kann jetzt sagen, okay, tatsächlich, bilde ich jetzt hier den Mittelwert, das heißt, malen wir es noch kurz auf, IS1, IS2, dann habe ich hier sozusagen diesen positiven Strom zunehmend, während dieser Einschaltzeit. Und bilde ich jetzt da den Mittelwert wieder davon. Dann kriegen wir hier raus, okay, das ist tatsächlich wieder IL-Mittel mal D-Mittel, das heißt, IS1 und IS2 werden wieder ersetzt werden durch Stromquellen D-Mittel mal IL-Mittel. Und dann gucken wir uns noch an, die beiden anderen Schalter, dort schauen wir uns jetzt die Spannungen an, das heißt tatsächlich über dem Schalter 3, gucke ich die Spannung US3 an, über dem Schalter 4 die Spannung US4. Und da betrachten wir jetzt auch dieses Einschaltintervall, das heißt tatsächlich, wenn S1 und S2 eingeschaltet sind, während dieser Zeitdauer D mal T, werden diese beiden geöffnet sein und dann liegt über beiden Schaltern jeweils die Spannung UE an. Das heißt hier über dem Schalter S4, weil der untere geschlossen ist, das auf Masse zieht, liegt hier von oben nach unten die Spannung UE an und hier bei dem Schalter S3, weil der obere hier diesen Mittelpunkt verbindet mit der Eingangsspannung, liegt dort dann auch die Spannung UE an. Das heißt, ich habe dann für US3 und US4 während der Einschaltzeit jeweils die Spannung UE, während dem anderen Zeitintervall wird die Spannung 0 sein, weil die dann selber eingeschaltet sind und kann jetzt das hier auch wieder benutzen, um den Mittelwert zu berechnen. Das heißt tatsächlich, kann ich jetzt hier wieder einen Mittelwert bestimmen und dieser Mittelwert wäre jetzt hier D Mittel mal UE Mittel wieder. An der Stelle ob es sich mal D mal UE. Das heißt, ich kann sagen, US3 ist gleich US4 wieder UE von T mal D von T und im Mittelwertmodell entspricht das dann hier UE Mittel mal D Mittel. Und jetzt kann ich daraus mir das Mittelwertmodell zeichnen. Das heißt tatsächlich, S1 und S2 werde ich durch Stromquellen ersetzen, S3 und S4 durch Spannungsquellen. Der Rest bleibt gleich, aber alle meine Größen sind dann diese mittleren Größen. Das heißt, ich habe jetzt hier die Eingangsspannung, die mittlere, UE Mittel. Ich habe hier dann eine Stromquelle statt dem Schalter S1. Ich habe statt dem Schalter S2 eine Spannungsquelle. Ich habe hier also D Mittel mal UE Mittel. Hier den Strom D Mittel mal IL Mittel. Am Mittelpunkt die Induktivität angeschlossen. Durch die fließt der mittlere Strom IL Mittel. Und habe dann Kondensator Lastwiderstand parallel. Dort fällt die mittlere Ausgangsspannung UA Mittel ab. Und auf der zweiten Seite dann hier den Schalter S4 ersetzt durch eine Spannungsquelle. D Mittel mal UE Mittel. Und den Schalter S2 durch eine Stromquelle. Hier D Mittel mal IL Mittel. Und tatsächlich ist das hier dann das ganze Modell, das Mittelwertmodell für den Vierquadrantsteller. Das heißt, wir sehen auch hier, wir können auch für so eine Schaltung mit mehr als im Prinzip einem Schalter an der Stelle so ein Mittelwertmodell machen. Wenn wir einfach bloß uns überlegen, wie sind jetzt die mittleren Werte hier abhängig von unserer Steuergröße. Und die Steuergröße wäre hier wieder das mittlere Tastverhältnis D Mittel. Und dann können Sie das auch so simulieren. Und wir können damit Bode-Diagramme erstellen, ein kleines Signalersatzsteilbild und so weiter. Und dann können Sie eine Regel auslegen, um zum Beispiel diesen Vierquadrantensteller zu regeln. Wobei in der Praxis Sie häufig nicht diese komplizierte Modellierung brauchen für den Vierquadrantensteller. Weil wenn Sie den DC-Motor betreiben, wird die Dynamik im Wesentlichen bestimmt durch den Motor. Weil der hat eine mechanische Zeitkonstante, die viel, viel größer ist als die Zeitkonstanten, die sich hier ergeben aufgrund dieses Modells letztlich. Und das bedeutet, dass Sie dann ein System haben mit einer dominierenden Zeitkonstante, die durch andere Elemente bestimmt wird, als durch die Induktivitäten, die dort zum Beispiel vorhanden sind. Und dann braucht man in der Praxis auch keine zu komplizierten Modelle, sondern kann eventuell mit einem PT-1-System auskommen. Und nicht so wie ein PT-2-System, wie wir das hier zum Beispiel hätten. Ich habe also hier dann die beiden Modelle mal aufgezeichnet. Ich habe also hier links das geschaltete Modell mit diesen vier idealen Schaltern, wie in der Herleitung hier diese Serienschaltung Induktivität plus an dieser Stelle Kapazität Ohmsche Last. Meine Ausgangsspannung ist jetzt natürlich eine Differenzspannung, deswegen diese beiden Klemmen Ua1 und Ua2. Und hier dieses Mittelwertmodell, wie vorher auch diese beiden Stromquellen. S1 und S2 ersetzt durch zwei Stromquellen. Jeweils IL-Mittel multipliziert mit dem Steuersignal, dem mittleren. Und jetzt hier S3 und S4 ersetzt durch Spannungsquellen. Und dann schauen wir uns auch hier an, wie sozusagen diese Signale im Vergleich oder diese Kurven im Vergleich sind. Ich habe jetzt hier das genannt UAM für Mittelwertmodell, den blauen Verlauf. Und dann sehen wir auch hier, eigentlich können wir aufhören, sehen wir auch hier sozusagen beim Einschwingen bereits, wir kriegen hier eine relativ gute Übereinstimmung dieser beiden Modelle. Das eine, das rote ist das geschaltete, das blaue ist das Mittelwertmodell. Wir haben hier auch wieder dasselbe dynamische Verhalten, könnten also hier auch wieder das Bode-Diagramm ermitteln. Wir könnten dann unseren Regler auslegen und tatsächlich zum Beispiel auch der Strom durch die Induktivität. Wenn wir uns das anschauen hier, das ist der Strom IL-1 und dann dasselbe Diagramm Strom IL-2. Dabei sehen wir auch hier, die Verläufe haben wir sozusagen durch ein nicht-lineares Großsignalsatzstabbild wieder ersetzt für diese Mittelwerte. Die hochfrequente Welligkeit ist verschwunden. Und dann können Sie hiermit auch den Regler für so einen Vier-Quadranten-Steller aufstellen letztlich. Gut. Gut.